Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ihr seht wieder die Krankengeschwester. Ich probiere es einfach nochmal, meine Tagesaufgabe ist ja noch da. Ich muss noch zweimal jemanden anpiksen, nachdem ich teleportiert bin. Sollte ich schaffen. Müsste ich. Hoffe ich. Ich will nicht nochmal spielen. Ich habe wieder einen Pudding dabei. Was geht los? Oh Mann, wartet echt verdammt lange. Oh, 500% mehr. Geile Scheiße. Man wartet verdammt lange auf eine Killerrunde. Also ich konnte jetzt eine rauchen in Ruhe. Und es dauert echt lange. Beide. Okay. Tamam. Brauche, braucht mehr Kuchen. Ja. Choco-Croissant. Oh ja, das ist so geil. Das nehme ich auch. Es ist Zeit für diese Hexe. Ah. Ach nein. So, naja, dann. Hier war jemand. Irgendwo hier war jemand. Ich habe gerade jemanden gehört, an einem Ding siebumsi rumarbeiten, oder? Ah, ich bin zu blöd dazu. Aha. Ich sehe dich. Billy. Warte, 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 Bill. Ich komme zu dir. Ich hasse diese kranken Schwester. Leckt mich doch a la Marge. Ja, ich komme zu dir. Wo soll ich hin? Wui. Lass mich dich doch mal treffen. Bin ich gut als Krankenschwester? Ich kenne das überhaupt nicht. Warte. 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 Ich kann das überhaupt nicht. Ja, ja, ich hatte mich auch. Ich hasse die kranken Schwester. Ah, daneben. Warum haue ich denn? Warum kann denn die nicht durch durch Teleportieren? Das verstehe ich nicht. Ich bin einfach zu doof, mit der Alten umzugehen. Sonst auch nicht. Ich bin einfach zu doof, mit der Alten umzugehen. Ja, ja, du hast Zeit, dich hier zu heilen. Ist in Ordnung. Jetzt ist Schluss hier. Ich mach dich nicht mehr. Ich mach dich nicht mehr. Nee, warte mal, wie war das so? Mann, ich treffe nicht. Lass mich in Ruhe. Ich treffe einfach nicht. Ich bin so doof dazu. Mann. Ja, tänze vor mir her, du arschgeilige Deppeser. Los. Werbung. Werder. Okay. 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 Oh, 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 oh. Der macht mich wahnsinnig. Der weiß genau, dass ich das nicht kann. Übrigens, ja. Das verpiss dich. So, warte mal. Na gut, ich muss das jetzt nicht mehr da vorne. Und wieder nicht. Oh, wie geil ist das denn bitte? Oh, wie geil ist das denn bitte? Mein Ausgang ist hier, der andere ist da hinten. Okay, das war mein Nöt. Ich hab die Dings erwischt. Schnell hoch gucken, schnell hoch gucken, schnell hoch gucken, schnell hoch gucken. Wie kann ich die wieder fallen lassen? Geh doch einfach raus. Das geht mir auf den Sack, wenn die noch 50 Jahre hier rumhören. Naja. Hauptsache, ich habe diese hässliche, dämliche Tagesquest hoffentlich geschafft. Bitte, 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 bitte. Ja. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Das ist mir alles scheißegal. Ich habe keinen Pip gekriegt. Ich bin total schlecht mit der Keletten. Also das ist ganz schlimm. Easy. For you. Oh nein. Warte mal, pass auf. Easy. For you. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mich auszulachen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Dead by Daylight. Bis dahin. Ciao. Ciao.